Hallo? Jetzt ist dieses Scheißspiel ausgegangen, what the fuck. So, jetzt aber. Das ist schon ein schnelles Spiel. Das geht fix. Rao! Leute, was passiert denn hier? Nur mein rechter Fuß macht richtige Abdrücke. Ich bin kaputt! Was haben wir denn hier? Na, das geht ja super. Ich habe eben festgestellt, dass ich im Testspiel war. Man muss vielleicht ins Hauptspiel gehen, damit man auch wirklich spielen kann. Es könnte sein. Aber vielleicht geht auch das Hauptspiel nicht. Guck mal, wie er guckt. Hast du vielleicht ein Problem mit mir? So, jetzt aber ernsthaft, gell? Nicht wieder ausgehen, mein Fräulein. Eine Mupfel. Schön. Okay, aber was haben wir denn jetzt davon? Die geht ja richtig kaputt. Ach gut. Was ist denn das jetzt? Guck mal. Stinkepilz. Ja, geil. Infektionen kann man damit. Aha, gut, gut, gut. Schön, schön. Ein Schädel. Schön, gut. Was macht der? Alles klar. Das ist übrigens Brunsbüttel. Eine wunderschöne Stadt, ja. Hängende Kisten überall. Nur wie kommt man da jetzt ran, ne? Kann man das auch schmeißen, das Ding? Hey, Kiste! Warte, warte. Ist doch cool. Brunsbüttel, wunderschöne Stadt, wunderschöne Kühe. Geht mal zur Seite hier. Ich muss hier durch. Aha. Mein Name ist Jeff. Oh Gott, what the fuck? Alter. Da sind irgendwie noch mehr. Leicht unangenehm, denn ich möchte jetzt eigentlich ungern zerfestet werden. Oh. Alter, bin ich strong? Come on. Geh. Ich hätte gerne Waffe oder sowas. Aber Brunsbüttel ist seit 30 oder 40 Jahren komplett waffenfrei. Oh, ne Tasche. Alles klar. So. In der Tasche war eine Taschenlampe. Das läuft. Kann ich vielleicht ne Pistole haben oder... wenigstens ein Stock? Ah! Jetzt kannst du herkommen, mein Fraulein. Monsieur, nicht die Einrichtung kaputt machen. Das ist ein alter Tempel. Ich hoffe, der hat Kodakse bezahlt. Das geht ja mal gar nicht. Warum bin ich eigentlich verschisselt hier am Rand? Ah, ich war vergiftet? Ach so. Oh. Oh, 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 oh. Komm ein bisschen näher. Komm ein bisschen näher. Hö. Oh. Haha. Was ist jetzt mit dir, hä? Oh. Oh fuck. Macht's gut, Jungs. Und dann Abflug wahrscheinlich. Ich komm zurück, wenn ich ne Schotflinte hab. Kann ich mich waschen? Ich kann auf Wasser laufen. Ah, Jesus. Willkommen zum Jesus-Simulator. Oh. Ja, da guckt mal einer, schau. Gut. Und das ist ein Battle-Royal-Spiel. Ich, äh, ich versteh nicht ganz. Hallo, will mich vielleicht jemand töten? Extrem spannendes Spiel hier auch wieder. Diese wunderbaren Kunstwerke, ja? Schön. Schön. So ein Hase. Ach Gott, hast du mich gesehen. Drei Messer schon. Ja, nice. Oh, Defibrillator. Lass der mich rein? Es ist niemand mehr da, der mich reinlassen könnte. Oh. Nö, 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 nö. Passt schon. Komm schon, komm schon. Bleib ruhig da drin, Junge. Ja. Ne Flairgun. Oh fuck. Ha! Lauf da hin und mach irgendwas mit der Flair. Du dufass. Ich mach Fußabdrücke auf dem Stein. Ich stehe seit Jahren fest mit beiden Füßen im Leben. Und kann die Kacke nicht aufheben. Schön. Ich glaub, ich brauch mal wieder so einen Pilz. Damit die Sülze nicht so in mich reinkommt. Weißt du, der Trick ist, du musst immer schön in die Fresse hauen. Mit dem Knife. Mit beiden Beinen festzustehen und ins Gesicht hineingehen. Jetzt haben wir's geschafft. Willkommen zur TUI-Reiseleitung. Was haben wir denn hier drin? So ein super Stockbett. Schön. Und, äh, ein Pümpel. Das ist schon gut für die Überlebensstrategie, so ein Pümpel. Ich laufe weiter, gell, Udo? Jetzt guckt ihr euch nochmal dieses wunderschöne Tor an. Kann ich hier einfach aufnehmen? So macht der Gangster beim Autofahren. Verstehe? Ne, Usof, ganz. Ja, gut, ne? Die Frage ist, was hab ich jetzt davon? Ich, äh, wir, wir, wir verstehen nicht ganz, was... No one. Das hat ja wirklich super funktioniert, ne? Natürlichs Like nicht vergessen, ist klar. Und hiermit bedanke ich mich das erste Mal bei meinen Patreons. Vielen Dank an Laureen oder Laurent. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Danke für die Unterstützung. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird.